Hallo Leute jetzt wieder ein neues Video von Call of Duty ará자는 ok dann sei es auch noch mal ein Freund dann nochmal wir zwei ich muss nur Mal kurz noch sprechen weil meine Schwester so dumm ist und kommt hier jetzt mach ich mal kurz mal die Tür zu jetzt gehst los mit Call of Duty fünf zwei zwei Wir machen erst mal Call of Duty und dann zeigen wir euch Call of Duty gegen Zombies, das ist voll geil, ich bin 18 Jahre alt. Ist es dann offline? Ja. Wieso? Nein, dann machen wir es nicht. Nein, es geht nicht hier, sondern es ist mit Geld. Ach so. Jetzt kommt, jetzt bin wir Call of Duty. Okay, drück an. Ja. Okay, los gehts. Wir gehen jetzt mit Transport. Nein, geh mal Sumpf, Sumpf, Sumpf. Okay, wir gehen bei Sumpf. Also dann beginnt. So, ich nehme natürlich wieder meine Lieblingsklasse. Kann man in dem Spiel snipen? Ja, wieso? Also gut snipen? Ja. Okay. Dann wisst ihr, was ich nehme? Okay. Ein Sniper. Ich nehme einen Sniper. Ich habe Maschinengewehrsniper. Haha. Und? Und? Das ist viel besser. Das ist kein Maschin. Da. Außerdem, das ist kein Sniper. Fuck. Bist du an diesen Scheiß zu holen? Nein! Geh doch da weg. Ja, geh zum Müllfass. Ich sehe gerade. Du siehst, dass ich da nicht da bin. Ja, ich weiß. Oh. Und? Woos? 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 Woos?